Raphael oder Raffaello Sanzio da Urbino war ein italienischer Maler und Architekt. Er gilt als einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Hochrenaissance. Durch seine harmonischen Kompositionen und lieblichen Madonnenbilder erlangte er Berühmtheit. Raphael wurde 1483 im italienischen Urbino geboren. Er war das Kind des Malers Giovanni Santi und sein Talent wurde früh erkannt. Er begann seine künstlerische Laufbahn mit dem Baronci-Altarbild. Seine frühen Meisterwerke zeigen Einflüsse seines Lehrers Perugino. In Florenz stand er im Wettstreit mit anderen Renaissance-Künstlern, wie Michelangelo und Leonardo da Vinci. Hier wurden seine Madonnenbilder hochgeschätzt. Später wirkte er in Rom, wo er päpstliche Aufträge erhielt, aber auch weltliche Werke schuf und Dombaumeister des Neuen Petersdoms in Rom wurde. Er heiratete nie, war aber für zahlreiche Beziehungen bekannt. Lange Zeit war er mit Maria da Bibiena verlobt, die Nichte eines Kardinals. Seine spätere Geliebte Margarita Luthi, die Tochter eines Bäckers, hat er in mehreren Werken verewigt. Sie soll bis zu seinem Tod in seinem Haus in Rom gelebt haben. Im Jahr 1520 verstarb er im Alter von nur 37 Jahren. Sein Malstil zeichnet sich durch Harmonie, Ausgewogenheit und Eleganz aus. Seine Werke reflektieren die Ideale der Renaissance und zeigen eine meisterhafte Beherrschung von Farben und Formen. Eines seiner markantesten Merkmale ist die Verwendung von Licht und Schatten, um Tiefe und Realismus zu schaffen. Seine Motive umfassten religiöse Themen, Porträts, Madonnenbilder und mythologische Szenen. Dabei verband er technische Perfektion mit emotionaler Ausdruckskraft, was seine Werke zeitlos macht. Zu seinen berühmtesten Werken gehört die Sixtinische Madonna, die als Höhepunkt der religiösen Kunst gilt. Auch die Schule von Athen, ein Fresko im Vatikan, ist ein beeindruckendes Werk, das Raphaels intellektuelle Raffinesse unterstreicht. Und schließlich lässt sein letztes Werk, die Transfiguration, die Grenzen zwischen Himmel und Erde, auf kraftvolle Weise verschwimmen. In seiner kurzen Lebenszeit schuf Raphael über 300 Gemälde, Zeichnungen und Fresken. Sein malerisches Genie, gepaart mit einer tiefen emotionalen Sensibilität, hat ihn zu einem der größten Künstler der Renaissance gemacht.